Jetzt bin ich mich mal ganz so verweint. Jetzt kann ich euch auch noch mal die Blume zeigen, die mir der Raik geschenkt hat. Da sind sie. Lila weiß. Mit einer Karte. Und auch nicht giftig und ohne Stacheln. Also Tiere könnten sie auch essen. Schön, oder? Ja. Damit ich meine Freude mit euch teile. So und so. Herzchen.